Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Wir... Oh, ich hab vergessen, mein Handy anzuschließen, weil es kaum Saft hat. Moment. Hup, hup, hup. Nein, nur laden. So. Und dann zurück. Wir sind hier häng geblieben. Häng geblieben? Stehen geblieben beim letzten Mal. So, Dashboard. Oh Gott, sehr schön. Gleich auf YouTube gegangen, erst mal 60 Minus abgelassen. So, Kapu war sehr, sehr nett zu uns. Aber hier kann ich anscheinend nichts machen. Also checke ich jetzt gerade erst mal die anderen Räume. Oh Gott. So. Was ist das denn? Alter Greis, da hängt ein Typ. Wow, hier gibt es noch 20 Millionen Sachen zu schauen. Eine Muskete läuft. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Das ist sehr traurig. Kann ich das nicht nehmen? Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also, lass die Finger durch die Finger. Okay, der alte Sack ist sehr schnell schläfrig. Okay, den müssen wir wahrscheinlich nachher irgendwie überzeugen, dass wir Pfadfinder sind. Sehr krass finde ich übrigens die Details. Wenn es mal aufgefallen ist. Radioaktiv. Bio-Headert. Einen Hamster, ne Meerschweinchen im Glas. Entschuldigung. Ich glaube ein Gargäuel. Eine Uhr oder eine Enigma-Maschine. Der heilige Gral. Ein in Bernstein gefangener Teddybär. Das Ding ist ja schon wieder randvoll mit irgendwelchen Dingern. Okay, ich kann das Ding nicht nehmen. Kann ich... Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Aber Rhabarber ist voll lecker. Ohne Scheiß. Also ich kenne das noch. Ich weiß nicht. Kennt ihr das auch noch als Kind? Rhabarber mit Zucker? So eine richtig... Also hatten wir als Kinder immer regelmäßig, wenn wir bei Oma oder so waren, auf dem Hof. So eine Rhabarberstange mit Zucker ist der Shit. Voll geil. Ich weiß nicht. Kennen die das heute noch? Also ich persönlich fand das richtig geil. Also eine Rhabarberstange mit Zucker, das war schon... Das war high-end. Da war ich aber auch noch ein kleines... Ein kleines Kind. Das ist lange her. Ja. Darum hast du eine Glatze gut zu wissen. Was? Nein. Das hat nichts damit zu tun. Wir versuchen das Ding zu öffnen, aber ich habe die Sorge, dass Opa da auch wieder wach wird. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinder-Ausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Ja, 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 ist ja gut. Okay, was habe ich denn noch zum Meerschweinchen gelassen? Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Meerschweinchen im Glas. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem... Das Tier nahm es versuch... Okay, wir haben jetzt ein Meerschweinchen im Glas. Regalplatz? In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Muss ich. Solange es ihr niemand verbot, würde Lily alles, was sie fand, bei sich behalten. Egal, ob der Platz in ihren Taschen ausreichte oder nicht. Ja, ja, da steht noch ein Glas hier. Siehste? Ja, habe ich schon gesehen. Ähm, was machen wir mal? Na, no. Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Fünf Monate. O-O dachte, es wären mehr. Danke für den Resubscribe, Ben. Äh, ja, Twitch hat das alles nochmal ausgelöst. Äh, so dass ihr, also nochmal umgestellt den, den Sub-Ding, damit ihr das alle nochmal nachträglich auslösen könnt. Für Leute, die zum Beispiel fünf Monate dabei sind, ähm, oder sagen wir mal so. Du hast, äh, zwei Monate subscribed, einen Monat ausgelassen und wieder zwei Monate subscribed, dann macht der ja eine Pause drinnen. Jetzt hast du die Möglichkeit, das anders zu triggern. Und zwar, wenn du jetzt triggerst, stehst du, jo, du subscribest jetzt schon zum vierten Mal, aber das zweite Mal in Folge. Damit man mal das sieht, wie viel es war. Ja, ich habe das Meerschweinchen im Glas jetzt hier. Das ist schon ganz niedlich. Echt den Press... Lilly wusste, dass... Aber wo... Moment, kann ich den Presslufthammer nehmen? Und auf den Glas mit Meerschweinchen? Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen wehzutun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkanönchen. Also, Meerschweinchen im Glas. Ja. Glas mit Meerschweinchen. Schwingert leicht. Ja, 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 ja. Glas mit Meerschweinchen. Ist okay. Nicht andersrum. Aber ich mache mir gerade Sorgen um Lilly. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Hör auf, ich wiederhole das nochmal. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen wehzutun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Was war denn damals mit dem Zwergkaninchen passiert? Also, ich mache mir so langsam Sorgen um Lilly, weil wir waren so ein gutes, liebes Mädchen am Anfang und mittlerweile kommen da immer mehr Abgründe. Ja. Wo ich mir denke, so, wow. Ja, das ist echt so eine Frage, weil ich mir auch nicht sicher bin. Was für ein seltenes, seltenes, seltenes Tier. Der habicht, aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit, mit extra viel Ketchup, bitte. Hä? Hm. Wie, ähm, unhöflich von mir. Ich vergaß mich vor, äh, vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chef aus Peitscher an der, ne, Nordseite. Ja, 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 ich habe in meinem Leben so einiges, ähm, einiges Tebet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreißsaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätselzimmern. Da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die, ähm, Indie-Rockband mit dem Namen Inquisition Oferloot. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ah, ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Geschichts- und, äh, 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 unter, unter... Was ist das denn für ein Opa, ey? Ah, hallo? Chef aus Peitscher an der Nordseite. Kann man mal machen. Ja? Also... Opa ist irgendwie... Komisch. Irgendwie sehr komisch. Äh... Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen... Erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Kloster-Schule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mond... Okay. Okay. Was soll das heißen, so werde ich auch mal? Das glaube ich nicht. Ich werde nie so. Ich hoffe es. Äh... Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen... Erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschau... Ich musste nur ein... Zum Beispiel... Oder... Okay, das triggert denselben Kram. Was ist das? Das erinnert mich an... Ähm... An... Nein. Da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an... Nein, nein. Nein, gar nichts. Okay. Halt ich Opa jetzt erstmal einfach alles vor die Nase und schaue, was er dazu sagt? Was ist das? Das erinnert mich an... Mummel? Nein. Da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an... Nein, nein. Rein gar nichts. Hat einer ein paar Erinnerungsbären, die ich ihm vor dem Latz knallen kann? Okay, pass mal auf. Jetzt ist ein Presslufthammer. Auf Opa. Die Lösung. Was ist das? Das erinnert mich an... Ähm... An... Nein. Da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an... Ähm... Rein gar nichts. Okay, keiner meiner bisherigen Objekte funktioniert. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück und lasse Opa Opa sein. Lassen wir eine Runde abhängen. Ist ja schillig. Gehen wir ins Klassenzimmer. Okay, ich habe drei Objekte. Was mir ein bisschen fehlt... Und das fand ich echt super. Im ersten Teil. Auch wenn... Es zwischendurch ein bisschen Spoiler war. Aber immer wenn man so alles durchgeklickt hatte... Gab es ja die Möglichkeit, sich die Entwickler-Kommentare von Poki nochmal anzuhören. Die waren super. Mir fehlt Poki so ein bisschen. Bin ich ehrlich. Der war echt super. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Ja gut. Das hindert mich jetzt nicht wirklich. Wie so oft waren Willis Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Okay. Dann habe ich noch einen Adler. Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Das ist voll unfair, dass wir oft beschimpft werden. Lass das! Das brauche ich als Vorlage. Hi, Birgit! Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Kann man in der Option die Kommentare ausschalten? Nee, leider nicht. Ich habe ich schon geprüft. Hier gibt es leider keine Entwicklerkommentare. Sehr schade. Kann ich dir gerade zeigen. Nee, pass auf. Einstellung. Leider. Leider. Keine Entwicklerkommentare. Leider. Hätte ich gern gehabt. Okay, wir sprechen mal mit Birgit. Ähm, du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lili. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien. Denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Es gibt doch Entwickler-Kommentare. Wo? Habe ich nirgendswo gesehen, Cessrix. Okay, wir klären jetzt erstmal hier die vorhandenen Optionen, die wir haben. Das muss man sich extra dazukaufen, oder was? Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ruhe jetzt. Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinen-Banners. Verdammt. Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Wow, du bist auch so ein richtig harter Sympathieträger, Birgit. Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ähm. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Danke, Fess. Nach der Folge nehme ich es an. Ah. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Nein. Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Es könnte sein, dass ich Birgit jetzt schon nicht mag. Unter Umständen. Der Hirsch steht für Heldenmut. Hm, da habe ich bei Games of Thrones was anders gelernt. Ja. Ja, und wie gesagt, vielen lieben Dank. Selbstverständlich der gute Fess hat tatsächlich gerade mir den, die ist hier mit den Entwickler-Kommentaren geschenkt. Den werde ich in den nächsten, also nach Beendigung dieser Folge werde ich das Spiel beenden, das Ding installieren. Und dann gehen wir natürlich die Entwickler-Kommentare nochmal nachträglich durch. Ich weiß nur nicht, ob wir nochmal wieder nach draußen kommen, in den Gebieten, in denen wir schon waren. Wäre tatsächlich witzig gewesen, weil ich die Entwickler-Kommentare wirklich großartig fand beim ersten Teil. Das war schon cool, Poké die ganze Zeit zu hören. Und ich muss auch sagen, die Musik ist sehr angenehm. Sie ist nicht penetrant, sie ist chillig, sie passt. Aufnahmen wegwerfen von vorne? Nein. Das machen wir nicht. Wir gehen das in Ruhe nachher nochmal durch. Ich glaube, hier muss ich ja sowieso noch ein paar Mal hin. Und ich sag, die Startgebiete, die kriegen wir schon von alleine hin. Die kriegen wir auch nochmal hin. Wir haben ja sowieso hier noch Zeit. Komm, wir gehen mal ins Treppenhaus. Ich hoffe, Poké spoilert nicht zu sehr. Okay, jetzt habe ich drei Masken. Hier vorne ist eine Kronleuchter-Befestigung und ein Rundgang. So, dann nehmen wir doch erstmal die drei Masken. Ja, meine Kamera ist links, gut. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Fingerpasten hinein. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück. Lillys war erleichtert. Die Maske spricht. Klein genug? Kein nur ein Presslufthammer. Lillys dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Aber dann erkannte sie, dass sie die Masken damit nur zerstören würde. Schade. Der Universal-Presslufthammer. Wer kennt ihn nicht? In jeder Maske gar nicht... Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Gehen wir mal hin. Ich meine, was soll passieren, außer dass wir den Kronleuchter lösen? Mit bloßen Händen konnte Lillys die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Na, rat mal, was ich jetzt probiert werde. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lillys keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Das ist sehr schade, denn ich hätte es gerne probiert. Okay, zum Rundgang. Ah, ja, hier war ich schon mal. Oh, Tollkirschen. Oh, Tollkirschen. Giftig, aber berauschend. Vor allem wundert es mich ja, ja, warum in einem Kloster greifbar für jedes Kind Tollkirschen wachsen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Klügste. Die Oberin hatte Lillys verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Natürliche Auslese. Ja, das wär's auch in der Tat. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Oh, das ist ein Haken. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Okay. Ich glaube, ich muss da nachher Tee drüber machen und die Tollwehren reinschmeißen. Aber das ist jetzt Tollkirschen reinwerfen. Das ist auch nur eine Vermutung. So, liebe Leute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde jetzt schnell den DLC installieren. Und dann haben wir vielleicht die Entwickler-Kommentare in der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.